Robi! Robi! Ähm. Ähm. Ähm? Ja? Ich halte wie gedrückt? Und? Ah! Okay. Der hat mich ein bisschen zur Seite geschoben in die Mauer und dann bin ich gefetzt durch die Mauer. Komplett gelaufen. Bis ich hinten wieder raus war. Hier stehen drei Mann hinten an dem ganz großen Treibstoff-Silos.